Hallo, ich begrüße euch zum zweiten Teil von Nuki Island. Nach dem ersten, ich guck's ab, die Klassiker-Diktion ist noch ein bisschen gut. Gut, dass ich die Special-Diktion habe. Ich möchte alle Teile spielen, aber irgendwie bin ich gespielt. Ich denke, du kannst mich helfen? Wie bist du in diese Bühne? Es ist ein bisschen langer Geschichte. Oh, das ist okay. Ich habe Zeit. Es hat alles angefangen an Skab Island. Einige von meinen Fan-Fans haben mich zu erzählen, meine LeChuck-Evaporatungs-Story wieder. Aha, mit der Fähne. Ich weiß nicht. Skab Island. Ich gehe in die Kirche und sage, Okay, now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait. And then LeChuck cries, Guybrush, have mercy! I can't take it anymore! I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Skab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean... Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Skab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. I'm trying to get rid of them. Either way, we won't have to hear about that Chuck anymore. Okay. So, as I've seen, I'm trying to get rid of them. I'm trying to get rid of them. Those guys wouldn't know a good story even if they paid 50 bucks for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Oh, we're going into Woodtick. Don't go on that bridge. There's a key. Oh, don't... Oh. Yeah? I just like this bit because the player always feels like they've done something wrong. Right. Without knowing it. Yeah. People like... Yeah. It's all money. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Ah, no. I don't pay for nothing. I'm a pirate. Tough guy, huh? Ups. Schlechte Idee. Sieh, ich hab auch ziemlich zu decken. Polizei! Scream so loud as you want. There's no police on Scab Island. Hey, you're alone. This is my lucky night. Okay. Okay. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren. Warten wir mal. Ah, okay. Wenn ich am Rad drehe. Ich drehe öfter am Rad. Kann ich das so auswählen? Aber gehts. Sollte es mir Überlagung rausfinden? Okay. Die H-Funktion Inventar. Keiner Objekten verfügbar. Okay. Das funktioniert also noch. Und wenn ich dann am Rad drehe. Das ist ehfacher, finde ich. Bis zum letzten Mal. Okay. Dann finden wir erstmal mehr über der... Geh mal runter. Ist das auch Dokumentar? Ja, mal gucken. Gucken. Also, ich hab mich nicht spoilern lassen. Ich hab das jetzt wirklich... Oh, mein Tochter spielt Wart. Achtung. Ähm. Keine Ahnung, was ich so eigentlich mache. Ah, okay. Öffne. Schließe. Die. Drücke. Ziehe. Benutze. Betrachten. Reeds. Jojo. Appearing nightly. No cover charge. Okay. Rede mal doch mit mir. Wie geht es? Warte, muss ich jetzt ein bisschen zurecht nehmen. Ja, boy. Wie läuft das Geschäft? Einen guck bitte. Ich hab Geld. Wie läuft das Geschäft? Das ist sicher. Ja, ich höre. Was, fachsig ja. Largo's got all my regular spooked. Anna. You know, I can mix any drink there is. Make anything you could name. But I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? Nein, da kommt das schon. Oha. Übelapissendo. Da. Ey, du, ich höre schon aus. Boah, den, den, wie sie mal den Chaos machen, den ist unangenehm. Okay. Ich gucke, ob ich die nehmen kann. Ich will es zwar nicht, aber ich habe so irgendwie das Gefühl. Ich gucke an der Wand, Ökne, Schlese, Kippen, Schrücke. Siehe. Trachte. Und zählen. Ja, du warst recht. Aber kann ich mitnehmen? Nimm. Ja, du warst recht. Ich habe das Gefühl, ich muss doch irgendwo irgendwo was. Ich muss immer doch mitnehmen, genau, oder? Guck mal, sieht schon cool aus, ne? Mit dem guten Augen und den Fischen. Okay, was machen wir jetzt denn? Hey, hired help only. Okay, ist gut. Dann muss ich den ablenken, dass ich so illegal kann. Bin noch etwas verloren, aber wir kriegen es hin. Der wird schon gut gehen. Bäh. Bloody lübe. Okay, da nehmen wir mal so rein. Jedenwo muss ich so weitergehen. Hallo. Hallo. Egal, ist denn mit dir reden da? Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, äh, ja. Hi, da. Kann ich dir helfen? Hi, ich bin Guybrush. Wer bist du? Wally. Wally B. Feed. At your service. Okay. Nein, ich bin schon übergegangen über den Big Whoop. Der Big Whoop ist ja der Scherz. Konofon-Finanzamt. Niemand schickt mich, ich bin Freischand. Ich bin Freischand. Du solltest nicht versuchen, meine Fiele zu tun. All meine Forschung auf Big Whoop ist da. Aber das Verrutsch meint es auch noch. Kann ich deine Fiele sehen? Actually, there's not anything in them. I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Ich weiß von seinem unermesslichen Geistur. You mean you never heard of the four men who buried it? No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? And a shipwreck Elaine? Only four crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island. But I don't believe that. Mm-hmm. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was, it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the four of them. And they all went their separate ways. Okay. Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library, if it weren't for this stupid Largo Embargo. Of course, it could just be an old legend. But if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Okay, genau. Was genau machst du hier eigentlich? Ja, das sieht man eigentlich. Um. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? Ich glaube nicht. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. The only authority on this island is that bully Largo. Was weißt du über diesen Largo? You know anything about this Largo guy? He's just the local hood. Shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. That's so much for sure. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the bloody lip. And the swamp brought in has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Okay. Thanks. That's all I need to know. Okay. But don't be shy if you think of a question. Ja, mach ich. Thanks. I gotta go. Okie dokie. Okie dokie. Mir gefällt mir. Irgendwie gefällt der mir. Kann ich irgendwas mitnehmen? Okay, bring mal nix. Let's. Ich drück noch kurz. Hier gibt es etwas, das du nehmen kannst. Als hätte ich es geahnt. Weiter. Zieh dir den Stapel Papier an. Nimm ein Blatt Papier. Was ist das? Achtung. Gedrücke, ziehe, benutze, nehmen. Aber es ist im Inventar. Der hat nichts mitgekriegt. Okay. Erwischt sich die Arfe. Du hast zu viel Karte gelesen, Junge. Okay. Schütz. Blattelett. Hilfe gesucht. Soll ich anheuern? Okay. Ja, dann geben wir an Ono. Du müsstest aber doch mit dir noch mal sprechen. Ich habe doch kein Geld für Ono. Komm, vielleicht kriegst du Schlüssel. Los, siehe. Okay. Oh, komm. Ja, boi. Uh-huh. Okay. 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 Komm, ziehe. Wahrscheinlich kann ich da immer noch rein. Irgendwann gucke ich doch noch rein. Wie ist denn er? Wirklich weit komme bin ich jetzt noch nicht. Außer, dass ich ein Stück Papier habe. Was steht denn eigentlich auf dem Stück Papier? Ah, guck mal. Ah! Ich kann also rechts links aus... Es ist leer. Ich habe einfach nur ein leeres Stück Papier. Für irgendwas wird es nicht sein. Was, so warmer Gläppich? Mit dem habe ich aber nicht gehört. Aber wir gehen jetzt mit dem hier. Ach, meine Güte. Männer ohne Moral. Könnte nicht passen, das sei, oder? Ach, du ziehst du dir schon noch, oder? Nutze Betrag. Ah, der Rad. Geht weg. Boah, der kann doch mal zwischen die Fies. Was hat er ewig gesagt? Oh, mo. War lauter Rad. Oh, Mann. Du bist gerade ein bisschen so gut gebeten. Nein, wir haben nicht gereinigt. Ich will auch gereinigt. Nee, der gereinigt hat. Lies mir vor, was da drauf steht. Okay. Hörst du mir was zu sagen. Oh, du Tierrad weg. Kann ich mit dir reden? So. Was wissen Sie überlaufen? Oh, fahrle mal doch mit dir ins Haus. Ja, so sie schon raus. Wer sind Sie? Who are you? Sure, Sonny. I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit and swamp mud. That's because I'm mad Marty. I'm mad about getting your clothes the cleanest they can be. Okay. Oh, ich habe jetzt, habe ich tatsächlich vor. I've got a laundry type question. Chew. Im Moment habe ich wahrscheinlich getrunken, weil ich bestens noch da ist. So. Oh, das missfichteste Weecher. Ähm. Immer wieder in Räte sind die überhaupt wieder Lage zu retten. Ach, sag, das sind die drei und das... Ah, okay. Lustig. Ja, ich bin Guy Borscht, der die Welt füllt. I'm Guy Borscht, the man who rid the world of LeChuck. Sure you are. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Gorbush. Was macht ihr, du Mr. Oben? Was ist mit deinem Wein passiert? What are you guys doing up there? We're performing. We're performing, Mr. Sosama. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby fat island. What? The sacking lunch. It was quite agretive. Bitsa. So what do you think about it? Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we couldn't refuse. So we sold them the business. So we sold them the business. So we sold them the business. We sank the money into one of those new fangled glass bottom. Glass door. And we wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there? Ich bin hier ein. Okay. Habt ihr was gefunden? Wo seid ihr denn nicht verrotet, dass ihr so ein Luxus macht? Wenn ihr ziehen wollt. Hab ich mal bedenkt. Hab ich mal bedenkt. Okay. Okay. Was? Was ist das? Was hat er gesagt? Er hat uns gesagt, dass die ganze Welt ein Stage ist und dass wir nur Spieler sind. Aber was? Wir wurden Performance-Artist. In unserem aktuellen Arbeit betrachten wir Menschenrechte an globale, environnementale Themen der veränderten Welt. Umweltfragen an, ich denke nicht immer, okay. Und wieso können sie dann hier auch performen? Ah, um die precarious Natur der Situation zu zeigen. Eh, so zu sprechen. Genau, genau. Oh, ich sehe. Du machst es? Oh, gut. Was ist mit deinem Bein passiert? Es hat passiert während einer Performance. Oh. Oh. Frank war brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the wood smiths and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. Okay. Is that your rat? Ich bin so, mein Schicker. We call him Munster-Monster, because of his insatiable passion for cheese. Ha, hat er Munster. See you later. Okay, ich besuche euch den Modell ein bisschen Goldstühler. Mach ich das? Ich denke schon. Äh, Goldstück. Ends. Alter, besser wie gar Ends. Okay. Kann man den bewegen? Schließe, öffnen. Bitte, betraffte, nehm. Nehm, ich würde den gerne nehmen. Okay, das? Glaubst du, ich könnte das einfach machen? Ich hab das viele brauchen. Bitte. Hat schon mal geklappt. Bitte, 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 bitte? Wie ist der noch beim Navigator? Glaubst du, bitte, bitte? Nein. Glaubst du hier noch? Glaubst du, bitte, mit Zucker drauf? Nein. Eigentlich gar nicht mal Arzt, so zu klettern. Aber ich schläft den jetzt zu Tude. Glaubst du, bitte, mit Zucker, Knut und einen Kuchen? Nein. Glaubst du, bitte, mit Zucker, Knut, einen Kuchen und einen Kuchen? Nein. Nein. Ich brauche es wirklich. Nein. Ich brauche es wirklich wirklich. Es ist langweilig für euch, ich weiß, aber ich bin doch schlur wie ein Panzer. Ich brauche es wirklich wirklich wirklich. Nein. Nein. Es ist eine Sache von Leben und Tod. Nein. Wenn du es nicht geben möchtest, werde ich nie wieder zu sprechen. Ich rede dich nie wieder mit euch. Nein. Ich werde dein bester Freund. Nein. Ich werde dein bester Freund für immer und immer. Nein. Nein. Sir, komm mal, bist Freund. Oh. Alles klar. Hat sich doch ausbezahlt, ne? Okay. Was müssen wir denn tun eigentlich? Du solltest versuchen, eine gute Kuchen von Larko zu bekommen. Okay. Das werde ich tun, aber in der nächsten Folge. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald. Ciao, ciao.